Ja Leute, wir sind jetzt hier bei Cleverfit bei der Neuhaftung in Lübeck-Ost. Super, wir starten auch schon voll durch. Was? Du machst gar nichts. So, jetzt sind wir hier im offiziellen Hammerstrange-Bereich. Riesig. Riesig groß. Richtig geil, weil prinzipiell weiß jeder, ich bin Hammer und er ist strange. Selber strange. Ganz, ganz neue Ergoline-Solarien haben sie auch. Lassen wir uns mal sonnen, ne? Oh, besetzt. Ich habe mir mal Kai geschnappt. Kai ist mitverantwortlich für die Neueröffnung hier in Lübeck-Ost. Wir sind hier im Kursraum, im niegelnagelneuen Kursraum. Was für Kurse können wir denn erwarten von euch? Also, wir bieten bis zu 400 Kurse im Monat. Davon gibt es natürlich virtuelle Kurse und auch Live-Kurse. Die Live-Kurse sind immer zu den Hauptzeiten. Da gibt es dann Body Balance, Body Pump, Zumba natürlich, Rückenfit und Bauch, Beine, Po. Bei den virtuellen Kursen sind keine Grenzen gesetzt. Da haben wir eigentlich ziemlich alles, was das jetzt begehrt. Gut, ich trage mich mal für Bauch, Beine, Po ein. Wir gehen jetzt mal rüber. Sehr gut. Ich würde sagen, du läufst jetzt mal eine Runde. Alter, du hast mir Essen versprochen. Jetzt soll ich hier laufen, oder was? Erst laufen, dann essen. Das ist Vortäuschung falscher Tatsachen. So, wir gucken uns mal die Kabine an. Genau, und mal gucken, ob die Instagram-tauglich sind. Hallo, Booty. Booty, du weißt auch. Wie macht man das? Du kennst... Woher weißt du sowas immer? Das macht ihr ganz toll. Das kennt ihr jetzt. Guck mal. Dann kriegt man richtig Lust zu winken. Euch erwarten super kompetente Mitarbeiterinnen. Also, wer sich nicht genau merken kann, wo wir sind, das ist ganz einfach. Hier, clever fit, kleine Eselsbrücke, ich bin clever. Ach so, nee. So. So, was? Du sagst was über TRX hier. Gibt's hier auch TRX-Bänder? Ja, hier ist auch ein Bereich mit TRX-Bändern. Mega gutes Training. Könnt ihr mit einem eigenen Körpergewicht machen, Frank und ich kenn das. So, wir sehen dich jetzt hier mit Moritz, dem Inhaber der Lübecker Studios. Und Moritz, Glückwunsch zur Eröffnung. Worüber freust du dich am meisten jetzt? Boah, ich muss sagen, so nach viereinhalb Monaten Umbauzeit freut man sich einfach nur auf die Eröffnung, einfach nur auf die Mitglieder, die sich alle zum Glück schon für uns entschieden haben. Ich freu mich auf einen schönen Abend und auf das, was noch kommen wird in der nächsten Zeit. Ich denke, wir haben hier wirklich was ganz Tolles für die Leute auf die Weine geschnitten. Auf jeden Fall. Schönes Studio. Geil. Die Bude steht Kopf. Wahnsinn. Eins, zwei, drei und... Jubel! Ja, wir kriegen das hin. So Leute, Clara Viertel Lübeck-Ost im Gleisdreieck ist jetzt eröffnet. Also, schaut vorbei, wir freuen uns auf euch. Ganz genau. Immer sportlich bleiben.